Heyo, hier ist Ronja und die Isi und ich spielen heute als kleine Kätzchen. Wir sind kleine Kätzchen, es gibt ab und zu Minigames, in denen wir vor dem Fänger entkommen müssen und alle anderen eingesperrten Baby-Kätzchen retten müssen. Aber währenddessen können wir uns hochleveln und wir können kleine Eier ausbrücken, können unseren Skin ändern, weil momentan sind wir noch kleine schwarze Kätzchen. Aber später mal können wir auch noch Tiger-Kätzchen sein. Drück mal E. E? Was passiert bei E? Mach mal. Oh, man legt seine Pfote. Oh, das ist ja cute. Was passiert bei den anderen? Man scharrt, okay. Und man hat noch... Oh, wir können voten. Okay, ich vote für Mumayna. Ey, das hätte ich auch gemacht. Das sieht voll süß aus. Ja. Okay, wir kommen vielleicht entweder dahin oder in die Among Us Lobby. Ah, packen Sie. Sie haben quasi auch das Gleiche. Mumayna! Mumayna, auf geht's! Willst du der Catcher sein oder willst du lieber wegrennen? Weil man muss so kleine Süßigkeiten sammeln, damit man das Level schafft. Da wählst du, ob der Catcher ein echter Spieler ist oder ein NPC. Oh, oh, ehrlich? Oh. Komm schon, komm schon. Oh, ich werde dich sowas von fangen. Ich sperre die ganzen Baby-Kätzchen ein. Oh nein, ich fühle mich schlecht. Baby-Kätzchen. Okay. Also, oh mein Gott, ich sehe aber auch gruselig aus. Bist du schon da? Oh, das ist richtig süß hier. Ich muss die Kätzchen aufhalten. Damit sie nicht alle... Oh, da ist eine. Da ist eine. Oh, da ist noch eine. Die wollen die ganzen Süßigkeiten schnappen. So. Zack. Ich sehe dich noch dran. Erste. Was ist das? Warum... Oh, fünf Credits habe ich gekriegt. Ja, dann habe ich gekriegt. Oh, das ist so eine Art Mais-Labyrinth hier. Oh, hier ist ein Hund. Habe ich den gekriegt? Ein Hund. Warte, ich sehe dich. Oh mein Gott. Ah. Ja, ihr wollt wahrscheinlich jetzt wieder befreien, nehme ich an. Aber das wird nichts. Das tut mir leid, aber das wird nichts. Ich werde hier... Oh mein Gott. ... eine Schreckensherrschaft starten. Oh, da ist rennt ein kleiner Pinguin. Oh, die können in Löcher springen. Du kannst in dieses Sumpfloch springen und dann kommst du woanders raus. Wirklich? Ja. Oh mein Gott, ich schneide dir den Weg ab, kleiner. Oh mein Gott, du bist gerade an mir vorbeigerannt. Nein, ich muss den fangen. Okay, hier. Wo ist der? Ist der in die Schlammgrube? Oh mein Gott, der ist viel zu schnell. Kommst du nicht in die Sumpflöcher rein? Okay, ich habe Justin. Ich komme nicht in die Sumpflöcher rein. Warte, ich kann die Kätzchen freien. Oh mein Gott, ihr seid schon bei 44 Süßigkeiten. Ihr braucht 60. Nein! Oh doch, ich kann auch in die Sumpflöcher rein. Ich wusste das nicht. Das ist ein geheimer Gang. Aha! Hier ist echt ein Labyrinth. Okay, was ist, wenn ich hier unten lang gehe? Irgendwie ist er sehr... Oh nein, ich werde 54 von 60 schon. Nein, ich werde es nie schaffen. Komm schon. Oh mein Gott. Bitte. Wer liegt denn da tot auf dem Boden? Wer liegt tot auf dem Boden? Oder? Bist du das? Ich bin nicht auf dem Boden. Ich bin böse. Und eine Katze... Oh, da oben ist der Hund. Den Hund schnappe ich mir. Ah, den schnappe ich mir sowas von. Ah, ich sehe dich. Der denkt hier, der kommt mit seinem Trampolin-Trick, kommt er davon. Na komm, mein Kleiner. Komm schon, 59, 51 nur noch. Nein. Ah, no. Goddammit. Nein. Das ist dann diese letzte Süßigkeit. Will den Hund. Ah, der Hund rinnt weg. Easy. Süßigkeiten kommen halt auch nicht wieder. Die sind zu schnell. Die blöden Tiere sind mir zu schnell. Oh nein. Das ist natürlich sehr schade für dich. Ja, ich habe leider auch kein Pet, was mir helfen kann bis jetzt, weil ich noch so low-level bin. Aber ich glaube, ihr findet die letzte Süßigkeit nicht. Oh, oh, schade. Ich habe sie gefunden, aber ich komme nicht hin. Oh, ehrlich? Das ist natürlich belastend. Ich will den fangen. Wie komme ich da hin? Ja, ich habe es nicht, aber ich weiß wie. Nein. Ja, komm schon. Okay, Wave 2. Hier sind jetzt andere Süßigkeiten. Oh, es gibt andere Süßigkeiten. Oh, ihr braucht trotzdem 60. Oh. Find the light switch to turn off all the lights. Es gibt wohl irgendwo einen Lichtschalter für mich, den ich ausmachen kann. Und ich bin die Einzige, die dann was sieht mit Dark Vision. Das klingt gut. Easy, das klingt überragend gut. Gut ist das. Ich denke, das ist mein Play. Ich denke, das werde ich auch tun. Oh ja. Ich kann hier nicht durch die kleinen Türen. Ich kann nicht durch die großen Türen. Warum verschwinden die Süßigkeiten denn jedes Mal? Die werden unsichtbar einfach. Oh, ich kann hier übrigens giftige Süßigkeiten legen. Ja, hast du gemacht. Oh, warte, was ist gerade passiert? Ist dunkler geworden, oder? Ja, ist es. Oh, das ist gut. Oh, das ist so gut. Nein, hast du überall... Wieso hast du überall giftige Süßigkeiten gelegt? Oh, das ist sehr gut. Oh, da ist einer vergiftet. Oh, der ist auch langsam. Das bin ich. Das bist du? Nein, 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 nein. Ich muss weg hier. Ich schnapp dich. Ich werde dich kriegen. Du kriegst mich nicht. Doch, ich werde dich kriegen. Ja, denke ich mit dein blödes Labyrinth. Links, da bist du sicher. Hier bin ich sicher. Bist du das? Ja, hier kriegst du mich nicht. Warum ist man so langsam als Catcher? Der Hund. Oh. Das ist unmöglich. Ich versuche hier alles. Ich renne wie kein Zweiter. Aber ich darf nicht rennen. Das ist auch traurig. Die müssen meine Süßigkeiten fressen. Fress mal mehr meine Süßigkeiten. Ja, ich habe die schon dreimal gefressen, deine blöden Süßigkeiten. Ich schnapp dich. Ich schnapp dich. Du, du hast ja gar keine Chance mehr. Nur drei. Oh nein, die brauchen schon wieder Süßigkeiten. Ihr kommst schon. Ich sage, es ist ein Win für mich, wenn ich dich habe. Nein! Ja! No! Okay. Sie sollen nicht im Milchstruck wegfallen. Da oben müssen wir rauf und dann müssen wir entfliehen. Nein! Dann raus ist ein Milchstruck. Nein, ich habe es nicht geschafft. Oh nein, ich muss hier rauf. Auf das Trampolin. Gott, hier ist der Schalter. Ist es dunkel für euch? Nein. Was machst du denn da? Ich habe mir gedacht, ich kann den Lichtschalter ausmachen. Aber es hat nicht gefällt. Okay, ich muss hier rauf auf das Ding. Nein, 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 nein. Ich habe es nicht geschafft. Nein! Doch! Oh, ich habe dich? Du hast mich im Flug gefangen. Ah, schade. Schade, Izzy. Ich fange die alle. Drei sind zwar im Truck, aber... Ich bin raus. Das hole ich mir. Den Licht hole ich mir. Da hinten ist eine Katze. Ich denke, die kann entkommen. Eine Minute 22. Ich denke nicht, die kann entkommen. Hm. Ich fange die. Ich fange die, sobald die hochspringt. Kannst du mich sehen? Willst du sie dir? Ich hole sie mir. Warte, warte. Ah, die ist runtergefallen. Doch, ich habe sie. Okay. Drei. Drei von sechs. Das ist die Hälfte. Drei von sechs. Ey, nicht schlecht. Drei von sechs ist okay. Würde ich behaupten. In Ordnung. Ja. Oh, ich will Treats kriegen. Ich möchte gerne mein Ei hatchen. Ich will doch nur ein pinkes Halsband. Du willst nur ein pinkes Halsband. Vielleicht. Ja. Okay, wir sind in einem Geheimlabor, huh? Mhm. Uh. Okay, diesmal bin ich auch ein kleines Kätzchen. Ich fresse die Süßigkeiten. Oh, da ist ein Portal. Warte, ah, die ganzen Süßigkeiten finden. Oh, hier oben sind so viele Süßigkeiten. Oh mein Gott, das ist eine Goldgrube hier. Eins. Und zwei. Und oh mein Gott, hier sind so viele. Drei, vier. Die haben schon 24. Oh, das wird easy. Ich sage nur... Oh, lol. Hier brechen die ohne Probleme aus aus dem Labor. Oh, hier? Nur autorisiertes Personal. Ich denke, das bin ich. Und ich bin ja eine Katze. Und die hier sind immer autorisiert. Denken sie sich. Nehme ich an. Oh nein, hier ist der Kätzchen. Ah. Rückzug. Ist das schon da, der Kätzchen? Ja, 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 der stand direkt vor mir. Ähm, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, Wave 1 complete. Alle Kätzchen wurden befreit. Dann essen wir jetzt die... Oh, hier sind ganz viele. Das finde ich gut. Easy. Ich sage, es rennt bei uns. Ja, aber das Ding ist, die verschwinden ja immer, die Süßigkeiten jetzt. Ja. Das ist ja schwerer. Oh, stimmt, sind die. Oh, aber hier sind trotzdem... Oh mein Gott. Ich bin in so einen Raum mit ganz vielen Portalen gekommen. Der sieht... Der sieht wild aus. Warte, wenn ich hier reinhüpfe. Wo komme ich raus? Oh, ich komme hier oben raus. Okay, der da ist... Mann. Was ist denn da in der oberen Etage? Die sollen nicht verschwinden. Hilfe. Nein, die verschwinden immer so schnell. Komm zurück. Wir brauchen nur noch sieben. Komm schon. Kleine Süßigkeiten. Nein. Da sehe ich welche. Hier ist eine. Zwei. Ich habe auch zwei. Wir haben es geschafft. Wake up, please. Okay, der Milch-Truck wird rum. Ja, der ist bei mir. Direkt im Charterraum, der zweite Raum. Okay. Oh, zack, ich bin raus. Du bist schon raus? Ich bin frei. Oh, da ist noch einer frei. Okay, warte, warte. Ich muss irgendwie zu dem Truck kommen. Oh ja, da ist er. Warte, ich muss hier runter. Lass mich runter, lass mich runter, lass mich runter. Und? Ich habe es auch geschafft. Woooo! Hi. Oh, es ist so gut. Willkommen. Kleine Ausbrecherkätzchen. Oh. Oh, ich bin hyped. Okay, ich habe leider immer noch nicht genug Süßigkeiten, um mein blödes Ei zu hatchen. Ich auch nicht. Grrrr. Das kann doch nicht sein. Ich will doch einfach nur mein Ei ausschlüpfen. Aber nein, 200. 200? Wer hat 200 Süßigkeiten? Easy, frage ich dich. Die, sie räume mal auf. Ja, ich auch. Willst du es da ja gar nicht, das kann ja gar nicht gehen. Und hier ist sogar so eine Obby. Gar nicht gesehen. Ist eigentlich voll süß gemacht. Ich finde das voll niedlich. Ja, total. Oh, das ist sogar eine echt kleine. Warte mal, wenn man die schafft, dann kriegt man bestimmt auch Süßigkeiten. Siehst du, wo die ist? Nee, ich komme hier leider nicht weg. Ich sitze fest. Ah, okay. Ich versuche mal mein Glück mit der Obby. Ja. Die ist winzig. Das ist nur ein kleiner Weg. Ich sehe das Ziel jetzt schon. Das soll ich verschaffen. Ich habe keine Lust. Kein spezieller Grund. Ich bin nicht mehrmals am Anfang direkt gestorben. Nee, ich möchte jetzt auch nicht mehr mit der Obby. Das ist auch Quatsch, denke ich. Ich denke, da kriegt man gar keine Süßigkeiten auch. Okay. Habe ich beschlossen. Ja, nur damit du es weißt. Ja. Okay. Das war es dann aber für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr mehr Roblox sehen möchtet, schreibt mir das in die Kommentare. Und schaut unbedingt auch bei der Easy vorbei. Die macht nämlich auch coole Videos. Und dann will ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüss. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017